Ob Schwein, Fisch oder etwas Süßes, bei den deutschen Grillmeisterschaften in Fulda gibt es kaum etwas, das nicht auf dem heißen Rost landet. Eines war dabei sicher, außergewöhnlich steht bei den Grillprofis auf dem Programm. Ich hatte eigentlich gedacht, 2017 haben sie schon alles erreicht, aber 2018 haben sie jetzt nochmal eine Schaufel draufgelegt. Also es ist irre, was die aus den einzelnen Produkten gemacht haben. Also ihr freut sich eigentlich die Sterne-Gastronomie mal neue Anregungen zu kriegen. Serviert wurden unter anderem Forelle in schwarzem Burger-Bann, zweierlei von Schäufele oder ein süßer Candy-Bacon-Brownie. Neuer Grillkönig wurde Dirk Pörschke mit seinem Team Barbecue-Team Los Grillos. Der Titel ging wie 2017 wieder an einen Mann aus Bayern. Für Ex-Gewinner Martin Schulz hat es zwar nicht gereicht, er gibt aber Tipps, was beim Grillen wichtig ist. Eine gute Fleischqualität ist ganz wichtig, das ist das Erste. Die nächste Geschichte ist, nicht zu heiß grillen. Ich denke, 50 Prozent der Deutschen grillt mit viel zu viel Kohl und viel zu heiß. Da ist zum Beispiel von mir auch immer der Tipp, nimm lieber ein bisschen weniger. Wenn es fünf Minuten länger dauert, ist es kein Weinbruch, aber wenn es verbrannt ist, ist es kaputt. Na dann, guten Appetit!